Simone Urban aus Bochum litt als Kind unter einer starken Neurodermitis. Zunächst wurde sie mit kortisonhaltigen Salben behandelt. Dies war zwar erfolgreich, hatte aber leider auch zahlreiche Nebenwirkungen. Die Mutter von Simone Urban schlug dann den Weg über die Naturheilkunde ein. Irgendwann hat sich meine Mutter dann dazu entschieden, so geht es irgendwie nicht und ist dann auf alle möglichen natürlichen Varianten gekommen. Da gehörte dann eben auch die Pipi-Therapie zu oder irgendwelche Wurzel-Extrakte und ja, so nach einer gewissen Zeit wusste man dann auch, was gut wirkt, so dass man, ich dann nachher eigentlich auf Kortison komplett verzichten konnte und auch das so gut wie zurückgegangen ist, diese Neurodermitis-Schübe. Von da an war klar, um gesund zu werden, kann man bei bestimmten Krankheiten ruhigen Gewissens auf harte Medikamente verzichten. Und so nimmt die 37-Jährige heute bei bestimmten Erkrankungen lieber erst einmal ein homöopathisches Mittel. Ich nehme die meistens, wenn ich erkältet bin, wenn ich was im Magen-Darm-Bereich habe, wirklich eigentlich meistens bei einer Erkältung, bei Schnupfen, Husten, manchmal auch zur Reduzierung von Stresssymptomen. Das ist so der Hauptanwendungsbereich bei mir. Die Homöopathie eignet sich auch bei chronischen Erkrankungen, Allergien und psychosomatischen Krankheiten. Einer Studie zufolge haben 80 Prozent der Patienten hier von einer Heilung oder einer deutlichen Verbesserung gesprochen. Rabea Kramer ist Allgemeinmedizinerin in Kastrop-Rauxel. Sie bietet in ihrer Praxis auch homöopathische Therapien an. Dabei geht es um das Prinzip, dass man Gleiches mit Gleichem behandelt. Die Arzneimittel, die man damals entwickelt hat, haben beim Gesunden ähnliche Symptome hervorgehoben, wie die beim Kranken jetzt vorhanden sind. Und damit sagt man also Gleiches mit Gleichem in Anführungsstrichen behandeln. Doch für die Anwendung von Naturheilverfahren gibt es bestimmte Grenzen, weiß die Medizinerin. Bei chronischen Erkrankungen, die einen hoheren therapeutischen Bedarf haben, sei es Zuckerkrankheit, Lungenentzündung, sicherlich auch operationsbedürftige Erkrankungen, sei es Blinddarm, sei es Gallenblasenentzündungen, Gallenblasensteine, die entfernt werden müssten oder solche Sachen. Wer das Naturheilverfahren ausprobieren möchte, sollte seinem Körper neben der Behandlung auch Ruhe gönnen, sagt Rabea Kramer. Versuch, denke ich, ist es häufig einfach mal wert, dass man sagt, wenn man einfach sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht auch zwei, drei Tage Zeit, mich zu regenerieren, diese Präparate einfach mal anzuwenden, um mal zu gucken, wie man darauf reagiert. Ich habe schon auch einige Kollegen oder Patienten gehabt, die gesagt haben, okay, ich versuche es und überrascht waren, dass sie sich doch zunehmend besser gefühlt haben. Das ist sicherlich mal für alle ein Versuch wert. Die Vorteile von ganzheitlichen Naturheilverfahren wie der Homöopathie liegen also auf der Hand. Daher bietet die BIC seit diesem Jahr den Wahltarif BIC Select Natur an. Geringe Monatsbeiträge gewähren dabei die Erstattung von bis zu 300 Euro für Arzneimittel und Verordnungen. Und der Beitrag wird sogar teilweise zurückgezahlt, wenn Leistungen nicht benötigt werden.